gut den habe ich so hey ihr höre mensch da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen folge minecraft survival games wir spielen heute auf der map full city und endlich wieder ein video von mir ich weiß wie gesagt in den letzten tagen kam eben weniger videos aus dem grund da ich eben wie gesagt über doch dich zu hause bin und ich erzähle euch jetzt mal was ja es kann nämlich sein dass ich hierher ziehe in den nächsten monaten tagen stunden wochen wisst ihr und da ist es halt dann wichtig dass ich euch das gesagt habe weil viele denken sich so höhe es kommen keine videos mehr und haben vielleicht das letzte video auch nicht gesehen und so weiter das ist natürlich ein bisschen naja wie soll ich sagen ein bisschen sehr doof die leute natürlich nicht auskennen hui was ist jetzt los kommt keine videos mehr oder ist er gestorben oder dies das aber nein ich lebe doch alles ist in ordnung ich wollte nur mal gesagt haben dass ich wie gesagt wahrscheinlich bald umziehen werde aber da kommen dann natürlich auch vlogs und so weiter wenn ich alles hochladen bei bruder gibt mir die möglichkeit ich habe zwar hier nicht jeden tag die chance aufzunehmen aber so gut wie und deswegen werde ich auch versuchen hier so oft wie möglich was aufzunehmen wenn ihr das natürlich wollt und wenn ich dann halt nicht so was habe ich zu erzählen Leute was habe ich zu erzählen also ich werde demnächst von kratz nach salzburg ziehen aus dem grund da ich hier eine ausbildung suche und hier ich bin hier geboren und hier fühle ich mich halt einfach mehr wohl als woanders das w oder sind team ich weiß nicht ob ich das sind die okay vielleicht sind die low und dann denke ich mir mal ganz schön gold auf rein ich habe ganz gute aus ist so vielleicht die sind mir gesagt so gut da oder nee die sind wir zu gut die werde ich nicht schaffen mit meiner kacke aus ist so ok guck sie dir an guck sie dir eigentlich ganz alleine die team hier aber ist ja auch teams erlaubt von dem her ist ja alles auch in ordnung so jetzt gehe ich immer hoch weil hier war ich noch nie okay ihr seht wichtig okay gut sie wissen aber dass ich hier bin weiter und das sind sie schon hilfe vorsicht ich komme jetzt sie haben sich getrennt das ist sehr gut ein bogen wäre vielleicht auch noch sehr nice aber jetzt haben wir ein feuerzeug ist auch gut ok ich die gehen da jetzt rein sie sehen mich nicht ich gehe jetzt einfach mal zu denen mir kacke egal ob ich jetzt sterbe ist mir egal das heißt nebel ich sehe überhaupt nichts ich habe feuer zeug damit kann ich sie anzünden wenn ich spaß habe hallo da oben sitzen ich habe bislast so natürlich jetzt der ist nämlich da reingegangen nach rechts jetzt kann ich ihn mir holen gut den habe ich so das heißt es ist jetzt kein Team mehr gut den habe ich auch perfekt Team Zerlekt das ist noch ein Steinschwert den hole ich mir auch mal den Bogen hier und das hier auch der ist auch ganz geil das war es eigentlich das war es eigentlich ganz geile Sachen habe ich hier das wäre noch gut und ja gut so zwei Level haben wir wir können leider nichts entstanden aber ist egal wir haben eigentlich eine echt ganz gute wir haben eigentlich eine ganz gute Ausrüstung deswegen schmeiße ich den Stuff hier jetzt mal weg weil wenn wir im Deathmatch schon irgendwas aufsammeln dann soll unser Inventar natürlich nicht voll sein das wäre dann ein bisschen kacke und dann mache ich hier vielleicht den Kuchen hin und das so nicht ich möchte wissen wie viel Pfeile ich habe hey ich möchte das doch wissen machen die da Team dieser Heinz LP oder so mit irgendjemandem ich weiß es nämlich nicht ich will I don't know I don't know I don't know so Oh spinnweben spinnweben for life spinnweben ok der hat scheiß Ausrüstung und der wie sieht es bei dem aus ja egal ich hätte jetzt einfach in die Mitte ich möchte nicht dann der doofe Abstaurer sein versteht ihr Ich schlage einfach mit drauf YOLO Ja Ja, GG Nein, es war kein Dreierteam Ich hab Ich kenn die doch nicht War kein Dreierteam So, gut Sorry, dass ich jetzt schon wieder so scheiß geredet hab Wieder in dieser Hey, ich kann kein Deutsch, deswegen muss ich reden Wie ein Baby Sprache Aber seitdem ich mit den Leuten wie Yassi und so immer am Test bin Ja, ist das halt immer so Ist ein bisschen doof Aber gut, das war eine schöne Runde Survival Games Wir haben im Deathmatch zwei Leute getötet Und wir haben davor ein Team getötet Und es war ja nur irgendwie so ein Neuespieler Game oder so Keine Ahnung, ich fand die Runde eigentlich ganz cool Und wenn es euch gefallen hat Wäre natürlich eine positive Bewertung Ganz cool, wenn ihr natürlich darauf Bock habt Und dann könnt ihr mir auch noch einen Kommentar schreiben Wenn ihr auch drauf Lust habt Und Wenn ihr auch drauf Lust habt Hä? War das Deutsch? Ich weiß nicht Egal Gut Leute, macht's gut Haut rein Und Ciao Schö Toh schö Tschüss Toh scho Toh scho